Ja, bis ich dahin gehe, ich bin super nervös, dass ich so gut hier sein darf und ja, ich freue mich auf die Schlagestorne, auf diese Veranstaltung und dass du dich getraut hast, mich anzuladen für dieses Event. Das wird ein wunderbarer Abend, das bin ich mir sicher und ich freue mich darauf, eine komplett neue Show von mir zu präsentieren und ja, es wird wunderschön. Die Schlagersterne Mallorca und heute hier ein weiterer Schlagerstern am schönen Schlagerhimmel unter der Sonne Mallorcas, beziehungsweise es ist schon Abend geworden, wenn man so rausschaut, die Lichter an den Boden sind angegangen. Wie findest du die Kulisse? Wunderbar, wunderschön, wirklich, das ist, was sagt man so, Atembezaubern. Genau, bezaubern, bezaubern einfach. Bezaubern einfach, ja, genau. Ja, also wie du ja weißt, wir haben uns ja damals zu Beginn der ganzen Krise, Corona-Krise, das erste Mal über Online unterhalten, da ging die ganze Sache dann los. Was passiert bei dir momentan, was gibt es Neues? Ich arbeite sehr viel hinter den Kulissen, bin in meiner kreativen Phase, so wie ich das benenne und arbeite an was ganz Tolles, was ganz Neues. Was ganz Neues, also das heißt, wenn du nächstes Jahr hier in Mallorca dabei bist, dann hört man was? Das? Und sieht man was? Ja, auf jeden Fall. Also du hast es gerade vorhin auch schon in der Pressekonferenz kurz anklingen lassen, es wird eine ganz große Show geben. Das wird eine ganz große Show geben und eine ganz neue Show geben. Das wird Julia Lindholm 3.0, würde ich sagen. Okay, also dann hast du sozusagen aus der Krise ganz toll was mitgenommen, viel gearbeitet und gemacht. Absolut, also Höhen und Tiefen und ich habe viel an mir selber gearbeitet, privat, so wie auch als Künstlerin und da ist was ganz Tolles entstanden. Genau, und jetzt darfst du mal nochmal ganz kurz sagen, warum sollen wir unbedingt dabei sein nächstes Jahr? Ja, 23, nee, 10. und 11. Mai, 23, so. Ja, genau, weil es einfach geil wird. Das ist, tolle Künstler dabei, das wird eine unfassbare Abend oder zwei unfassbare Abends geben mit toller Musik, eine unfassbare Kulisse und eine Atmosphäre, die ihr noch nie erlebt habt. Also, seid unbedingt dabei. Also, kräftig reinschalten, kommt am besten auf unsere Seite www.promigeflüstert.de. Wir haben eine Spezialseite eingebaut und da könnt ihr alle Infos über die Schlagerssterne erfahren. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch.